So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und heute haben wir wieder was Fettes für euch vorbereitet, denn das Jahr neigt sich dem Ende. Wenn das passt, lade ich das vielleicht an Silvester hoch oder am Neujahrstag. Ich hoffe, da ist kein krasses Event oder passiert irgendwas Unglaubliches, sodass ich das hier hochladen kann. Wenn nicht, wird es kurz danach kommen oder irgendwann anders. Ihr werdet das schon sehen. Das ist immer, wenn man das vorproduziert, wir geben mal hier ein MAK, die drei großen Buchstaben, nicht MAG, das wäre nämlich die Make in Erfurt, wo wir ja mal waren, letztes Jahr, dieses Jahr nicht. Und ihr seht hier schon, neben den zwei Makabaya, das Pokémon, was es ja jetzt nicht mehr gibt, was es wirklich nur an Halloween gegeben hat, zur Halloween-Zeit auch als Shiny, wie man sieht. Hier, Shiny Makabaya, das sieht schon mal richtig genial aus. Und natürlich habt ihr Makuhita nochmal und aber auch als Shiny in der Box haben wir dreimal, jetzt ist wieder alles verkackt, ich hasse das, haben wir dreimal MAK. Wir haben nämlich den Grill MAK, den SodamAK und den Veggie MAK. Das klingt alles wie was zu essen, wie Burger von McDonalds oder von Burger King. Die möchten wir jetzt aber entwickeln, wir haben nämlich mittlerweile drei Einhaltssteine und möchten euch jetzt hier die Weiterentwicklungen zeigen in einer Folge. Einmal hier Grill MAK am Anfang mit, habe ich überhaupt genug Bonbons, 323, das haut hin, wir brauchen 150. Also einmal hier dem Grill MAK den Einhaltsstein geben, 50 Bonbons ausgeben, gucken, wie es in die Luft fliegt, verwandelt wird und als Grill Cheetah zurückkommt. Ja, das sieht aus, als hätte es ein Nackenhörnchen ums Genick, weil es immer Probleme hat mit dem Nacken und so, hat eine lustige Frisur, jetzt hat es wenigstens keinen Kothaufen mehr auf dem Kopf. Grill Cheetah, oh mein Alter, was hat der denn für einen fetten Schwanz, ums mal so auszudrücken, da hängt ja richtig hinten eine dicke fette Knolle dran. Grill Cheetah, habt ihr auch schon Grill Cheetah entwickelt, schreibt es mal in die Kommentare. Weiter gehen wir von Feuer zu Wasser, kümmern uns mal um das SodamAK. Kann ich das, guck mal was für einen kleinen, lustigen, zärtlichen, das sieht aus, als jetzt ein Blumenkohle auf dem Kopf, aber was für einen kleinen, unauffälligen Schwanz das hat. Mal gucken, was aus dem SodamAK wird, wie das dann aussieht, ob das auch so einen übertrieben heftigen Schwanz hinter sich herzerrt. So, jetzt fliegt es wieder in die Luft. Ist das erste Mal natürlich, dass es Kontinentale gibt, die Entwicklungen haben. Gut, man könnte Pandimos zählen, wenn man Pantimimi zählt und dazu eben dann Pantimimi zu Pandimos. Aber da gab es ja eine Vorstufe dazu und das ist Europaregional, da haben wir ja auch irgendwas Besonderes gehabt. So, Soda Cheetah, also Cheetah würde ich aber anders schreiben. Der Schwanz ist nicht so groß, steht auch ein bisschen gay da. Ist ja aber auch ein weibliches, aber ich glaube, wenn ich den männlichen entwickle, würde der genauso aussehen. Soda Cheetah, also als zweites mit langer Haarfrisur. Und wir haben noch den Veggie-Mug übrig. Irgendwie sehen die als kleine Mugs viel besser aus als als große. Da geben wir auch nochmal einen Einhaltsstein drauf und hauen nochmal 50 Bonbons raus, um zu gucken, wie das aussieht. Und jetzt müsste ich ja eigentlich, muss man ja eh alle zweimal entwickeln. Man braucht ja das männliche als Entwicklung, man braucht das weibliche als Entwicklung. Irgendwann bräuchte man dann das Lucky als Entwicklung und man bräuchte dann irgendwann auch das Shiny als Entwicklung. Also, aber da brauche ich erstmal wieder Viecher. Veggie-Cheetah. Das sieht auf, ich glaube, das sieht irgendwie mit am coolsten aus. Einfach dieser Busch oben auf dem Kopf zangeformt, zangeknüppelt, bis nach oben geschraubt. Das sieht gut aus. 2183. Ist eine gute Hausnummer, sage ich mal. 400. Achso, die Bombenhofs sind ja unterschiedlich. Jetzt dachte ich, ich habe vorhin nur 300 noch was Bonbons gehabt und habe jetzt einfach mal 150 ausgegeben und habe plötzlich 400 wieder reinbekommen. Das ist ja sehr interessant. Nein, das ist egal. Wir gehen also zurück. Wir haben keine Max mehr am Start. Das war es von Glückwunsch. Also, ich registriere 50 Pokémon im Pokédex, die du zuerst in der Einhal-Region entdeckt hast. Oder wie hier steht, zuerst in der Einhal-Region entdeckt wurden. Gut, habe ich mich ja wieder mal überladen, verhaspelt, verlesen, was auch immer. Das war es aber eigentlich schon mit der Folge. Die drei Max, abgeschlossen, entwickelt, rausgehauen, rausgebuttert. Die waren alle Level 35. Stellt euch das mal vor. Ich sammle nur noch Level 35er, damit ich immer gleich schön hohe WP habe. Und so versuche ich wirklich von jedem Pokémon immer nur noch eins auf der Hand zu haben. Das mit den bestmöglichsten IV auf Level 35. Und, ja, wir müssen alle Platz sparen. Ich habe hier meinen Beutel noch nicht auf 3000. Bis das Video rauskommt, ist er bestimmt auf 3000. Aber mal gucken. Es kommt jetzt sowieso immerzu was Neues dazu. Immer mehr. Und ich hoffe, hier geht jetzt noch ein Fünfer auf irgendwann. Genau, 1740 an der Brücke der... Scheiße. Shit. Nein, ich meine, Schönheit. Natürlich nicht an der Brücke der Technik, sondern am Stadttheater. Vielleicht nehme ich den dann noch mit. Oder auch nicht. Mal gucken. Da ist zu dem Zeitpunkt nämlich noch Terracium drin. Und heute ist hier der letzte Terracium Raid. Weil morgen kommt dann das Viridium. Da seht ihr mal, wie alt das Video ist, wenn ihr das hier seht. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Romsus. Tschüss. 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 Tschüss.